Danke für 60 Abos, es gibt eine große Verlosung, ja, mit Handys, iPhones, weil iPhones sind keine Handys, Samsungs, Eyeliner und Geld, ganz viel Geld. Der erste Platz kriegt einen Euro. Dieses glänzende Platz, natürlich, ist sehr, sehr schön. Es ist Deutsche Prägung 2002, sehr, sehr gute, gute Qualität. So, und falls ihr halt nicht so viel Glück habt wie die erste Person, gibt es noch einen kleinen Trostpreis zu gewinnen, also es gibt noch mehr. 100 Euro, es ist leider nicht so glänzend und so schön, günstig, aber man muss damit leben. Ist doch auch zufriedenstellend, oder? So, und falls ihr noch mehr Pech habt, dann gibt es den dritten Preis, ein iPhone 8 Plus, leider, von vorne komplett ganz. Ist mit, äh, das, also die Splitter sind, äh, die Risse sind nur auf der Schutzfolie. Ja. Und, falls ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr einen Samsung Galaxy A51 gewinnen, mit leichten Gebrauchsspuren, aber sonst keine großen, voll funktionstüchtig, wie ein, ii, Nacktbilder. So, und jetzt, der Trostpreis ist, ein komplettes Make-up-Beauty-Set mit, äh, Mascara und einer Feile und einem Kamm-Spiegel-Igel-Tiegel. Und, falls ihr ganz viel Glück habt, und, jetzt, gibt es als nächsten Trostpreis, das krasseste, was es geben kann, ja? Den echten Oscar von Lineare Funktionen! Oh mein Gott, und was müsst ihr machen, was müsst ihr machen, um das Gewinnspiel, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ihr müsst das Video mit allen euren Freunden teilen, wie es, wenn ihr keine habt, ist es egal, müsst ihr es nicht teilen, ihr müsst das Video liken, zwei Kommentare schreiben mit, ich bin dabei! Ich bin jetzt meine Oma! Quentin darf seine Oma grüßen, aber er ist leider nicht zum Gewinnen, bei 100 Abos wird er auch verlost. Und, Leute, ihr könnt Oscar gewinnen, ja? Das ist die größte Verlosung, die es hier auf YouTube Deutschland gab.